Wir sind eingeladen für heute oder seit jetzt. Seit jetzt, genau. Und wir haben den Kontakt erhalten. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Also von unserer Seite hat man das, dass wir die anderen Lode haben, die kann nicht mehr gehen. Ähm, ja. Wir haben uns gelesen, die mal mit Rollerwagen-Tour-On-School zu machen. Das heißt, weil wir mit dem Kuh fahren. Ja, das ist heute so die erste Spur-On-School, wie ich sage mal, wie kann man das machen. Über den haben wir gekriegt. Wir haben völlig gelesen, das ist ja auch hier mit der Fahrtsteuer. Und da kann man ja ganz viel spüren. Und das ist eigentlich ganz gut. Also wir nehmen es mal mit seinem Drogen, weil er gesagt hat, dass wir die Drogen halten. Aber das ist ja auch die Dauer zu sehen. Wenn ihr den anziehen könnt, ihr euch das Bodo selber angucken.